So, da sind wir wieder. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz schildern, wenn meine Aufnahme irgendwie abgebrochen ist oder so. Ich hab Schweine gefunden, irgendwo da. Getötet. Aufnahme, wieder abgebrochen. Ja, mit einer Spitzhacke, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie hab ich das gemacht. Wie hab ich die getötet? Auf jeden Fall, irgendwie hab ich die getötet. Warum auch immer gerade nicht diese Lebensanzeige da angezeigt wird, bei der, ähm, nach, bei der, beim Schwert. Und hab das ja noch gebrat mit meinen Örfen, der da widersteht. Jetzt geh ich grad in die Höhle. Muss natürlich immer noch, ähm, sparsam sein mit, mit dem Fleisch, da wir ja noch keine Farben haben. Was denn die Höhle? Ich mach hier in die Höhle rein. Hä? Höhle? Da war ich dann doch doch schon richtig. Doch, doch. Da war ich doch doch richtig. Eisen! Ich werd diesmal auch alles mitnehmen. Cola haben wir nämlich auch nicht mehr so viel. Also wird's wahrscheinlich ne spannenden... Rundgang! Ne, äh. Das ist auch noch mal Cola. Aus dem GmbH-Level. Facken hab ich mit. Facken hab ich mit. Das hier auf der Sitzung drauf. Altenaufnahme drauf ist, aber... wäre deutlicher reden, ja. Deutlicher! Wie sie drei Sachen reden, ja? Aber man will den Aufnahm nicht. Ja, was leidens ich kann, dass ich nicht erlaut, dass er aufrecht hat, ist schon so laut, wie es geht. Ja, mach, mach 10, das reicht. Ich hab die Stimme nicht so hart gezerrt. Hab ich doch. Hoho. Da du dir unbedingt auf TS aufnehmen willst. Ja. Skype es. Ich find Skype eigentlich ganz cool. Ich mag Skype irgendwie nicht. Ich komm noch nicht so gut klar wie auf TS. Mach's mal so. Ich weiß, wo du noch nicht gut klarkommst. Sag. Auf YouTube dich anzumähen. Halt's mal. Huch, dein Ehemgeklick. War ich nicht hier, hab ich nicht irgendwie durchgerusht mit dem Game-Mode, um meine Sachen zu holen? Ich glaub, hier war das. Du bist so eine Höhle, wo du richtig fett runtergeflogenst. Wie du denn bezeichnet hast als die Höhle? Ja. Ja, dann warst du. Ja, was ja alles weiß war. Er ist ein Spanner. Ja. So, ja, bei meinem PC-Folobers in der Natur. Einfach alles. Jetzt noch rauskommen, grüßen. Hi, Tom. Hi. Na, na. Er hängt am Fenster. Ja, ja, klar. Das ist nicht. Guck da rein. Hallo. Tag. Was hast du gesagt? Ich hab dir nicht verstanden. Was geht? Ja, das sind so laut. Ich versteh' ich nicht. Ach, halt so laut. Ja, und bleib mal da weiterhängen. Ja, ja. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Oh, du tue tue. Jetzt reicht's aber mit der Kohle. Ich hab genug. Mini-Tommy, ist es Mini-Tommy, Mini-Tommy. Ich hab' die Mini-Tommy fertig gemacht. Ich hab' die Mini-Tommy fertig gemacht. Ich hab' dir auch nicht zugehört. Oh, so schnell zu reden. Ich lass' mir ganz schnell regnen, okay? Ja, mach' mir jetzt ganz schnell regnen und zwar nicht. Ja, mach' mir jetzt ganz schnell regnen und zwar nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ganz gechillt runterbauen. Ganz gechillt runterbauen, ganz gechillt, ganz gechillt, ganz gechillt. Ey, das ist ne Schlucht. Ich hab' ne Schlucht gefunden. Ja, da unten. Ich glaub' da unten war ne... Da hatten wir nen Min-Schacht gefunden. Wurde runtergefallen mich. Hast mich noch runtergefallen. Haben wir in Min-Schacht Melonkerne gefunden? Äh, wer hat noch gar keine Melonkerne in dieser Season? Das ganz, ganz, ganz Matsch Eisen. Ach, Mist. Oh, ne, jetzt muss ich Gras durch meine Wohnung durch meine Höhle laufen lassen. Warum? Weil da wohl ich die Schafe drin hab' und hab' kein Gras. Cool. Okay. Hehehe. Haltest du dann direkt dunkel? Nicht so gut. Okay. Wo hab ich denn? Nein! Oh. Ich hab' schon Elfe Eisen, ja. Elfe Eisen, also nicht zurück. Ich hab' auch Elfe Eisen gefunden. Ich hab' auch Elfe Eisen gefunden. Ich hab' mir daraus aber einschärfen. Oh, jetzt ist Binspawner. Binspawner. Da muss ich mir auch mal gleich markieren. Also, äh... Weiß ja nicht. Du würdest da deine Höhe noch ausgrund schaffen? Kann's gerne machen, meinetwegen noch 15 Minuten. Aber wenn du noch mehr aufnehmen willst, worauf ich grad fühlst. Ich hab' nichts Bock hab' weil... ...diesen... ...also eigentlich relativ gute Charspreise... ...zure Woche... ...bis Dienstag... ...aber leider auch, wie ich hasse, den beknacktesten OP-Charlin's Gip. ...er das leider kriegt... ...ja... ...aber ich hab' irgendwie Bock, grad' Leute zu spielen. Ich hab' nicht. So. Gut, dann spielen wir's nicht. Also, ich hab' heute für heute auch schon ein Video. Also, One and the Chairman, zwei Videos, drei... Ich muss ja nicht heut' geholfen werden, kannst du auch aufnehmen. Ja, aber wir können noch was anderes spielen. Ich will jetzt auch nicht so lange jetzt aufnehmen, weil ich auch gar keine Lust habe und morgen ja die Schule beginnt. Und da auch noch... Also, gar... ...spenzig. Nein, natürlich nicht. Wer jetzt interessiert, wir sind da auf dem Gymnasium. Da kann man ganz oft spänzen. Ja, ehrlich. Und so was. Ja, wir sind richtig Streber. Na. Ach, nur Sechsen, ich bin voll der Streber, ne? Ah. Nein, natürlich nicht. Doch, Thomas, wirklich nur Sechsen? Na klar. Ne, mein Zeugnis war in Ordnung. Ich hatte einen Durchschnitt von 2,23. 2,3. Meinst du ein bisschen schlechter? Ja. Aber, dazu muss ich sagen, in Brandenburg... Ja, Brandenburg. Brandenburg. Da, ähm... Wechselt man ja nach der sechsten. Von sechsten zu sieben. Die sieben Klasse, neue Schule. So, ich bin in anderen Ländern. Bundesländern. Bundesländern. Ja, in anderen Bundesländern. Frankreicher. Äh. Ein anderes Bundesland, ein anderes Bundesland? So was nennen wir auf unserer Schule, ist Frankreich. Ja, ja. Frank-Transe. Ähm. Ach, Mann, du bist so ein Köppel, jetzt bin ich wieder raus. Ich hab nicht so eine Beleidigung hier, das geht gar nicht. Bescheiden sein. Hä? Ich muss bescheiden sein. Ich mach nur meine Spitzhäcke kaputt. Ich bin schon Level 19. Ja, wir sehen. Ja, ich bin halt einfach besser als du, Luki. Ich weiß. Wir müssen. So. Äh. Ein Stack Chore können wir ja auch noch mitnehmen. Wirst du, das wollte ich machen, mache ich mir jetzt mal direkt, eigentlich mach ich erstmal Steinspitzhacken. Das ist besser. Nicht besser, aber... Gleich bin ich Level 20. Ja, da werden nur noch 10 Level. Ja. Ach so. aus der Schadensicherheit der Spitzhacke oder jemanden Spitzhacke und bei der Enchantia hörst du nicht wahr? Ne, das... Ja, zauern auf Glück. Musst du mal downloaden? Zufällig kenn ich bei der Enchantia. Nein, musstest du den dafür mal downloaden? Ja, aber bei der 1.6 kann ich das nicht. Also, das ist falsch. Voll scheiße. Äh, alles scheiße hier! Ja, die 1.6 ist sowieso kacke. Ah ja, das ist doch richtig. So wie die perfekte Mini-20 ist. Ne, die finde ich cool. Ich glaub mir irgendwann nicht mehr. Also, mich haben sie bis jetzt nicht getötet. Ich werde ich wette, die Aussage bereue ich noch. Ja. Wow. Wenn ich zwinge, dich dazu nicht zu bereuen. Alter, voll voll. Sieht das nicht mal geil aus? Ach, das hat sie gesehen. Du, der hat das nicht. Na, ich komme her. In touch this. War da grad Diaz? Habt ihr das gesehen? Ja. 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 Wird tatsächlich nicht gerade so da direkt drunter springen? Ja. Du kannst das, äh, ach, ähm, oh. Nix. Lass es mal lieber nicht singen, weil dann natürlich damit mein Video gesperrt wird. Okay, das hier ist ein neuer Minenschacht, den ich gefunden habe. Kaboom. Wohin, die Creeper wieder zurückgepatcht? Eine Ahnung. Kommt mir so vor. Ganz much Eisen. Wenn ich denn wieder ein Stack Eisen habe, und wenn ich hier jetzt so mit... Vielleicht hätte ich eine Diamantenspitzhecke mitnehmen sollen. Das wäre nämlich ganz gut, dann hätte ich nämlich Obsidian abbauen können. Hallo, Creeper. Wieso habe ich bloß noch 13 Fackeln, ne? Wieso? Jetzt ist bloß noch 11. Sag's mir. Jetzt muss ich jetzt mal wieder da hin, wo ich da runter gejumpt bin. Wie so ein Irrer. War das hier? Einfach immer tiefer gehen. Etwa hier. Lava. Immer tiefer. Ich will hier eigentlich gar nicht hin. Und immer tiefer. Ich bin jetzt schon auf 11. Ich bin jetzt schon auf 11. Ich bin jetzt hier. Flosterstein. Was ist denn da? Ich bin jetzt hier. Soll ich das für dich mitnehmen? Oh ja. Ich brauche einen Redstone. Was kriege ich denn da für? Achtung weniger. Ich glaube, da kannst du ja dann selber runter kommen und das hier ich hab ja markiert. Wer ich dann das, nimmt jetzt bloß noch... Jetzt markierst du die Redstone, wird es sich verarschen. Nein, die Höhle. da hätten müssen soll die Schienen mitnehmen? Ne, Schienen brauchen wir auch noch nicht Melonenkerne! Meine Melonenkerne! Meine... Ich glaub's aber auch nur du Ich hab Melonenkerne, ja? Ein Stack willst du, dann kann ich mitnehmen, weil ich hab ein Stack drinne Eck jetzt? Ohne Scheiß Außerdem gibt es Level Ne, jetzt mal Wann mal Was denn? Ey, hier ist Betrok Betrok Ich mag hier zwar nicht lang gehen, aber es gibt mich hierher So, ist jetzt scheißegal Okay, die ersten sind nicht scheißegal, aber Ist jetzt scheißegal, was du findest Und nach oben, wenn es safe Melonenkerne Ich bin Lava-Geran, ich bin Lava-Geran, Tom Nein, hilf mir! Nein, ich sterbe! Oh, oh, oh Vorder, 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 vorder Okay, so, ich hab's euch geschafft Nur für so'n Wichser, hab mir so'n Angst zu machen Und hör auf, mich zu dir zu gehen Nein Ich musste grad was machen, weil ich mein Ding wieder vergessen habe, meine Musik Ich bin ich Ich bin jetzt Ich bin kurz Ich bin nicht Ich bin ich Ich bin ich Ich bin ich